Komm und lache mit Freunden, komm und öffne die Tür. Lern mit uns das Alphabet, Formen und Farben ohne Mühe. Ob ein Brief mit der Post kommt, welches Lied erwartest du? Es gibt Spaß und viel zu lachen und wir lernen stets dazu. Komm und spiel! Auf zum Bauernhof! Händchen, wohin gehen wir heute? Auf den Bauernhof! Im Auto fahren wir, was Neues sehen wir nun. Viel Spaß gibt's auf dem Bauernhof und viel für uns zu tun. Wir werden Tiere sehen, wir hören ihnen zu und lernen ihre Namen. Zusammen, ich und du! Guck mal, da ist ein Entchen! Hallo Entchen, wo ist deine Mama? Los, wir helfen dir sie zu finden. Wenn jemand Hilfe braucht und ganz allein da steht, dann helfen wir natürlich immer gern so gut es geht. Guten Tag, sind Sie Entchens Mama? Das ist eine Kuh! Hallo, sind Sie Entchens Mama? Das ist ein Schwein! Hey Sie! Sind Sie Entchens Mama? Das ist ein Schaf! Määäääää! Määäääää! Die Kuh macht, ein Schwein macht, ein Schäfchen macht laut. Wir suchen ein Geräusch wie dies, denn so klingt Entchens Mama. Was ist das für ein Krass? Kommt, wir folgen Fröschlein. Sechs Entchen wohnen gar nicht fern, sie planschen, schwimmen und spielen gern. Schnell kann eins verloren gehen, ist es wieder hier, wie schön. Das Entchen hat seine Mama wiedergefunden. Gottes Ende, sie ist eine Ente.